Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, lass gerne dein Like, deinen Kommentar und auch dein Abo da. Ja, heute haben wir mit dabei, oh, die haben wir nicht mit dabei, wir haben diese Karten mit dabei, und zwar Christina von Dreien, die kamen der neuen Kinder und das Traumorakel der Engel von Doreen Virtue. Wir haben auch das Timos Lichtblick Lenormanddeck und ja, ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Nach dem Schnelldurchlauf geht's direkt los. So, liebe Seele, es sieht spannend aus und es sieht klärend aus, was jetzt vonstatten geht. Wir sind hier beim Tagesorakel für den 24. Juli Mittwoch. Ja, und wenn du jetzt positive Veränderungen für dich möchtest, dann kannst du dich hier oben bewerben für den Chakra Energie Frequenz Coach. Ja, da kannst du dran teilnehmen, wenn du dich dazu berufen fühlst. Auch monatliche lockere Raten sind möglich, also auch in der Videobeschreibung findest du den Link dazu. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wir gehen hier in die Energie der großen, der Taten. Wir gehen hier in den Fluss der Vollendung, dem Herzensweg folgen, gerade auch der Berufung folgen, in Paarung mit einer männlichen Mentorarbeit, was aber noch viel, viel spannender aussieht heute, ist die Thematik, dass im Jetzt sehr viel männliche Arndthemen verarbeitet werden. Und das ist spannend, weil dein Zyklus der neuen Zeit sich damit verbindet, mit deiner Herzensthematik. Also wird dir dein Alltag sehr viel Trigger setzen und auch heilen gleichzeitig. Deine Erdenmission. Du findest den Weg und du bist der Weg. So, hier bekommst du schon den ersten Hinweis, es geht um deine Berufung. Es geht aber auch um dein Bewusstwerden zu dir selbst. Dich mit dir selbst verbinden. Nicht nur deine Selbstliebe finden, sondern dich mit dir selbst verbinden in einer Einheit, die du so bisher noch nicht gekannt hast. Deswegen hast du hier auch so viel Klärungsenergie zentral in deinem Energiefeld jetzt liegen. Die Problematik daran ist, es kann sehr schnell über emotionale Wellen annehmen. Es kann sehr schnell hier auch voreingenommene Meinungen entstehen. Du kannst dich sehr schnell wieder zurückziehen und einen anderen Pfad betreten. Aber du kannst dich auch überschnell entwickeln, sodass du ein bisschen in anderen Sphären schwebst. Wenn du jetzt also das Gefühl hast, dass du zwischen den Welten so hin und her wandelst, dann ist es eine ganz normale Transformation gerade. Du sollst dich nur auf den Fokus legen, Berufung und männliche Ahnenarbeit. Das soll jetzt der Fokus für dich sein, weil danach kommt der Abschluss in deinen neuen Lebensweg. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der dir auch aufzeigt, im Winter kannst du dann die Besinnung spüren. Im Winter hast du schon dein erstes Ergebnis und der Winter beginnt ja bekanntlich im Dezember. So, wir reden hier vom kalendarischen Winter. Der Übergang ist das, was jetzt gerade stattfindet. Die Erdmission kannst du noch gar nicht leben, weil du noch dazu dich besser kennenlernen musst. Und du musst auch das ausreifen, was du kannst. Ja, du darfst dich nicht hinten anstellen. Du sollst ganz klar beweisen, wofür du hier bist. Und diese Klärungsenergie verlangt viel, verlangt auch viel von dir ab, vor allem auch Energie. Das Wissen der Zukunft. Erinnere dich, alles Wissen ist in dir. Und alles Wissen ist in dir eine so einfache Aussage, die so viel Wirkung hat. Denn du hast ja das meiste schon durchlebt. Und man sieht es auch hier. Diese Verbundenheit mit deiner Weisheit ist so groß, dass du manchmal einfach deinen eigenen Ratschlägen keinen Herzenskraft gibst. Das bedeutet, du wärst sauer, wenn es andere nicht umsetzen. Aber für dich selbst wählst du eher den schweren Weg wie den leichten. Denn warum sollte etwas leicht sein und Erfolg bringen? Für dich ist das Wissen der Zukunft aber schon da. Weil wenn du dich jetzt entscheidest, zum Beispiel hier für die Coachausbildung bei uns, dann hast du das Wissen in der Zukunft schon erlangt. Also es ist immer eine Sichtweise, die du eingehen darfst. Wie sehe ich es? Warum sehe ich es so? Und vor allem, was muss ich tun, um mehr in diese Fülle dann zu kommen? Sehr schöne Thematik. Rot mit Leidenschaft und Überleben. Ja, die Leidenschaft in deinem Leben wendet sich heute sehr dem Fokus von so umhüllender Energie. Und damit ist jetzt gemeint, dass du die Wahl hast, dich vorab hineinzuspüren. Und du wirst es spüren, ob du da in deiner vollen Energie bist oder nicht. Oder ob du dich nur bequasseln lässt, dass du nicht in deine Herzfrequenz gehst, sondern rein nur auf der mentalen Ebene bleibst und dir erfolgt etwas schlüssig. Dann wäre es aber nicht die Leidenschaft, dann wäre der Übergang auch gar nicht gegeben und dann würde es nur ums Überleben gehen. Ja, also ganz klar, dann wäre der Fokus deines Lebens falsch gesetzt. Da der Zyklus aber in diese Verbundenheit geht und auch diese Ahnthematik jetzt für dich durcharbeitet wird, wird es hier so einen richtig schönen Knall geben, so ein richtig schönes Gewitter, also eine Entenergetisierung, die dir den Rhythmus des Lebens neu gestaltet. Und das heißt, so der Herzschlag von dir verändert sich, somit gehst du auf eine andere Wellenlänge und siehst auch genau diese Menschen in dein Leben. Da haben wir das Indigo-Kind, gebrauche dein Wissen über die Wahrheit, sei ein Rebell. Und das ist genau das. Wahrscheinlich wird dich jetzt auch von mir einiges triggern, was ich dir sage oder was ich bewerbe oder ganz egal was. Aber das hat einen Grund. Ich stehe zu meiner Wahrheit und die Wahrheit liegt hier für dich heute in diesem Tagesorakel. Dieser Rebell oder diese Rebellin zu leben, bedeutet nicht zu missionieren. Es bedeutet auch nicht, nur die eigene Wahrheit für die einzig Wahre zu erkennen, sondern es sagt dir, dass die Wahrheit viele Facetten haben kann. Und du hast eben das Wissen über deine Facette der Wahrheit. Und wenn das bei dir im Herzen ankommt, dann wirst du auch selbstbewusster sein. Und dann kann hier vor allem das Thema einer alten Beziehung endlich losgelassen werden, was wir hier übrigens auch haben, das Loslassen. Für dich ist jetzt wahrscheinlich noch wichtig, dass du heute gute Geschäfte eingehen kannst. Du kannst jetzt auch vermehrt spüren, wer kann wirklich was und wer spielt nur. Also es ist so eine Entmaskierung oder Demaskierung. Und daraus entschließt sich dann das Gelb mit der eigenen Kraft, die daraus natürlich wächst. Ja, deine Schöpferkraft, deine Bestimmungskraft, deine Finanzkraft, alles das wächst ja mit. Deine Flexibilität, aber auch, weil du merkst, wenn du dir Unterstützung suchst, dass du nicht immer für alles gerade stehen musst, dass du auch bei dir ankommst und sagst, ich habe mich jetzt mal um mich gesorgt und das war gut. Und wir haben das Anpassungsvermögen. Also, dass du dich mit diesen Menschen gleichstellst, die auch zu dir passen. Und nicht mehr deine Energie Menschen gibst, die deine Energie nur ausnutzen. Ja, weil das ist der Punkt, der deinem Herzen immer geschadet hat. Diese Energievampirismus plus diese Arbeit an der Vergangenheit, die du für dich gemacht hast, aber nicht so vorangekommen bist, wie du wolltest. Das Ganze wird dir heute in die Wiege gelegt, dass das jetzt verändert werden kann. In deiner Bewusstwerdung, vielleicht bei uns in der Ausbildung, vielleicht bei uns im Coaching. Alles dazu in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist.